Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Ib und Ob, wie immer natürlich mit Valerius. Na selbstverständlich, wir sind nicht eingeschlafen, wie das das Bild so zeigt. Wir sind nämlich hellwach und bereit auf neue Abenteuer, auf vier neue Abenteuer. Ja, hepp, nachdem, ja. Das letzte Level hat uns ja ganz schön Zeit und Kraft gekostet. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder so viele mühsame Jump'n'Run Passagen kommen. Oh. Gesagt, getan. Oh, ich wollte... Funktioniert schon mal. Es, es läuft. Oh. Er ist so fest. Es sieht irgendwie einfacher aus, als es ist. Oh, er ist übelst schnell. Ähm, ne. Gut dann. Ja, okay. Gut. Zack, snackity snack und hepp. Es fängt ja so einige Wochen einfach an. Töse. Oh, nein. Ähm. Dann, joa. Mist. Müssen wir weiter. Den haben wir uns entgehen lassen. Den haben wir uns entgehen lassen. Ach, so ein Ärger. Boah, das ist ja jetzt hier auch... Boah. Wie soll man das denn machen, genau? Hm. Krass. Oh, es fängt wieder mal gut an, wie immer. Kommt man zeitlich unten bei beiden? Ich glaube nicht, dass man da durchkommt. Ich glaube, der muss... Ich probiere mal was. Wow. Wow. Wie soll ich das denn schaffen? Okay, Moment. Gleich, wie ich würde sagen. Das war echt heftig. Ja, sah ja fachmännisch aus. Ich glaube, das sah auch jetzt ein bisschen schwerer aus, als es eigentlich war. Also, wenn man weiß, wie man es machen muss, dann ging es jetzt eigentlich. Huch. Ja, ja, aber wir haben alle. Wir haben alle. So, noch kurz ein Tennisball ein bisschen hin und her schmeißen. So. Das ist wieder so ein Buch. Äh. Das ist ja ekelhaft. Und unten ist auch eins. Ja. Das Problem ist, wie kommen wir denn da hin? Voll die Zoo-Geräusch-Kulisse. Ich meine, das hier können wir jetzt kaputt machen, aber dann kriegen wir die Schnipsel irgendwie nicht, glaube ich. Nee, die kriegen wir nicht. Sollen wir einfach mal weitergehen und vielleicht wieder zurückkommen? Oder können wir hier irgendwie einen Turm bauen? Also, auf der anderen Seite. Hm, das ist jetzt tricky. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn wir hier, dann kriegen wir die Schnipsel nicht. Aber gut, wir haben das Level eh schon nicht mehr perfekt. Und wahrscheinlich kommen wir dann auch irgendwie nicht mehr richtig weg von da, oder? Ich weiß nicht. Das könnte auch sein. Ah, so ein bisschen ein Dammel. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir jetzt hier auf der anderen Seite sind, dass wir dann auf der rechten Seite zumindest hochkommen. Aber dann kriegen wir hier... Hm. Sollen wir mal weitergehen und gucken? Ich glaube, einer muss rüber. Auf die andere Seite? Ja. Durch diesen Sprung jetzt hier. Du meinst hier? Oh. Ach so. Ähm, nee, ich glaube, einer muss rüber auf die andere Seite. Und muss dann zurück. Hier rüber? Genau. Ach so, wir können es probieren. Also, könnte sein. Okay, dann... Lass ich dich wieder rüber, wenn er ein bisschen weiter nach... So. Oh, Mist, da ist er nicht gesprungen. Aber ich glaube, fast einer... Der andere muss oben bleiben. Oben? Hm, aber ich weiß nicht, ob wir den Sprung dann schaffen. Ups. Ich springe in drei, zwei, eins. Okay, das wäre geschafft. Ähm. Oh, da kommst du nie wieder zurück, wenn du unten lang gehst. Nee, da komme ich nicht zurück. Mist. Wir können mal hier unten... Wir können mal auf der anderen Seite versuchen, einen Turm zu bauen. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Ach so. Oh. Ah. Hm. Äh, okay. Nee, irgendwie nicht. Mist. Ah. Jetzt sind wir wenigstens wieder auf der anderen Seite. Ja, immerhin. Aber wenn wir jetzt... Guck mal, wenn wir jetzt hier... Oh. Ach so. Ah. Okay, warte, ich geh mal drauf. Ich hab ne Idee. Ähm. Wir müssen hier einen Turm bauen. Also, je nachdem, wie wir es machen wollen. Der eine springt dann hoch. Flutscht hier durch. Also nicht so weit, wie ich das jetzt gemalt hab. Dann sollen wir dann mal den Turm hier oben bauen, oder? Genau. So wie du es gerade gemacht hast, stell dich mal auf meinen Kopf. Okay. So. Dann springen wir. Du fliegst... Ups. Nicht so. Nee, du fliegst hier durch. Und dann hier drauf. Ach so. Ich wär jetzt auf der linken Seite durchgesprungen. Aber, ja. So, ich denke, auf der rechten Seite müsste es genauso gehen. Ja, ich denke auch. Okay. Ups. Und... Tap. Ach, ah. Man muss echt schnell sein, auch irgendwie. So, dann gehen wir wieder drauf. Oder gibt's ne bessere Lösung, als drauf zu gehen? Ups. Ich glaube nicht. Wir kommen jetzt nicht wieder hoch. Ich glaube auch nicht. Oh, Mist. So, jetzt aber. Schafft man das nicht alleine, ohne... Naja, ja. Ups. So, nach dir. Okay. Drei, zwei, eins. Oh, das war zu scharf. Drei, zwei, eins. Das war zu wenig scharf. Das ist ja... Drei, zwei, eins. Jetzt super. Hier, wir blieben. So. Voll, okay. So, jetzt, ähm... Ich gehe zuerst. Kannst du... Kannst du schon mal rüberspringen, aber noch nicht unten hingehen? Also noch nicht unter ihn, ja? Ja, auf der linken Seite bleiben. Genau. Okay. So. Äh... Ach, Mist. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Okay. Perfekt. Hervorragend. So. Kommst du da rüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich denke nicht. Soll ich drauf gehen? Gut. Gut, Frage, wer antwortet? Die zwei können wir jetzt auslassen. Genau, die können wir jetzt ignorieren. Kont. Das heißt, jetzt müssen wir das gleiche Spiel hier nochmal machen. Ah. Mist. Mit darunter fliegen. Drei, zwei, eins. Ach. Äh, warte mal, du probierst. Wir haben eigentlich zwei Chancen. Ich glaube... Ich glaube, das müsste man auch alleine schaffen. Genau. Ah ja, genau. Ja. Jo. Gut. Komm. Oh ja. Gut. Huh. Der ist ja wieder zurück zu mir gekommen. Sehr nett. Okay. Hat geklappt. Okay. Jetzt müsste... Vielleicht so. Ups. Ja. Kommen wir hier hoch? Ne. Wir können auch nicht drauf gehen, oder? Ich glaube... Doch, wir können hier drüben drauf gehen. Ah ja. Ist nur die Frage, wie wir beide darüber kommen. Das stimmt. Wobei... Einer muss unten. Ich glaube, das war schon richtig. Wenn einer da unten ist. Ah ja. Ich denke, du springst da wieder hoch. Okay. Also da rüber. Genau. Und ich... versuche das so irgendwie zu machen. Aber... Na gut, jetzt habe ich es verbockt. Oh. Aber doch nicht. Ah. Ja, das ist... Ich glaube, das könnte klappen. Wenn wir uns richtig machen. Ja. 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 So. Bereit? Ich bin bereit, ja. Okay. Los. Erster. Oh. Mist. Ah, Mist. Okay. Jetzt bauen wir hier wieder. Also Checkpoint. Oh. Checkpoint. Der uns jetzt in dem Fall... Nicht so viel gemacht hat. Hier, oder? Den Sprung müsstest du... Ja, den schaffe ich. Okay. Dann gehe ich mal unten hin. Das war es vielleicht... Ups. Wow. Ich glaube... Ich muss da reinspringen und dann direkt unten raus. Wenn du oben bist. Ups. So zum Beispiel, ja. Mach die Dinger mal weg. Die haben wir jetzt eh schon. Genau. Jetzt kannst du da rüber... Jupp. Ja. Perfekt. Äh... Hier Hilfe. Ach ja, ich komme ja wieder zurück. Ähm... Ähm... Nee, komm noch mal hier. Wir müssen das irgendwie anders machen. So, ich gehe jetzt schon mal hier hin. Dann müsstest du unten irgendwie hin. Geht das? Ja, das kriege ich hin. Gerade eben habe ich es auch hingekriegt. Versuch es vielleicht auf der anderen Seite. Da hast du ein bisschen mehr Spielraum. Achso. Achso. Okay. Links zuerst. Yep. So. So. So.